Kuckuck, der will ich ja mal wieder. Ich sitze immer noch mit Lippi im Discord. Wir haben gerade rumüberlegt, den Unterschied mal zu zeigen. Weil wir zeigen ja jetzt schon die ganzen Tage immer Pulse, die zurück zum Eingang gehen aus den Joule-Tiefschaltungen und so. Und wir wollten einfach mal zeigen, dass das nicht normal ist. Damit die Leute nicht auf die Idee kommen, das könnte normal sein, dass alle Schwingschaltungen oder was auch immer Energie auf die Batterie zurückpulsen. Und zu dem Zweck habe ich mir mal meine 12-Volt-Batterie rausgeholt und habe so ein Schaltwandel hier angeschlossen, so ein reines Chinesium-Wunderwerk. Und ich habe es Ostsee an die Batterie geklemmt. Und ich ziehe jetzt hier mit einer 12-Volt-LED, die auch asig heiß wird, hier so eine Dings, ziehe ich jetzt um die 5 Watt. Und ich messe mit dem Ostsee direkt über die Batterie. Seht ihr hier, wo der Tastkopf angeklemmt ist, plus minus. So, und das Ostsee-Bild, das ist ein bisschen unruhig, ein bisschen zappelig. Da sehen wir zweierlei Dinge. Wir sehen einmal meine übliche Störfrequenz, was vermutlich wieder der DCF77-Zeitsender ist, möglicherweise. Aber wir sehen auch, was ihr jetzt nicht so gut erkennen könnt, aber ich werde gleich reinzoomen. Ich kann auch drauf triggern. Da sieht man so einen kleinen nadelförmigen Puls, der nach unten wandert. So, ich werde das Display jetzt mal anhalten. War sogar an der richtigen Stelle. Jetzt kann ich mal reinzoomen. Hier sieht man, wie der Schaltwandler die Batterie belastet. Der Ausschlag nach unten, das sind ungefähr 20 Millivolt. Das ist 20 Millivolt pro Kästchen. Das ist ungefähr ein Kästchen, jeder Ausschlag. Ich kann es auch noch ein bisschen größer machen. Mal gucken. Jetzt haben wir 10 Millivolt pro Kästchen. Die Spitze nach unten ist zwei Kästchen. Also wir haben 20 Millivolt, sagen wir mal, Spannungsabfall, wenn die Schaltung Energie aus der Batterie zieht. Und wenn die Schaltung fertig ist mit Energie rausholen, wenn die mit ihrem Puls fertig ist, dann haben wir so ein kleines bisschen Rückgedieter hier oben. Keine 8 Millivolt. Also die Pulse nach oben, die wir bei den Joule-Tiefs sehen, die auch Kado gezeigt hat, mit mehreren 100 Millivolt bis 1,Volt in dem neuesten Video, was er hat. Das ist, ja, also, wenn man mit dem Schaltwandler hier rumfummelt und so, das ist also nicht normal, dass in die Batterie zurückgepulst wird. Das war wichtig, dass wir das mal gezeigt haben. Und ich denke mal, Liebby wird mir recht geben. Ja, das war es auch schon. Nur ein kurzes Add-on hier so. Ciao.